Im sechsten Teil meines Picks Inside Workshops geht es so ein bisschen um die Kür. Also das Bild ist eigentlich schon fertig, aber es gibt noch so ein paar Tricks, die ich euch zeigen möchte. Ein paar kleine Werkzeuge, die ich benutze, um vielleicht noch das letzte aus den Bildern rauszuholen und los. Liebe Leute, wir kommen wirklich jetzt zum Finale. In diesem Teil werden wir die letzten Feinheiten an dem Bild anlegen. Und ja, wer den letzten Teil gesehen hat, ich habe jetzt noch mal mir die Mühe gemacht. Das war noch mal relativ viel Arbeit. Ich bin noch mal ganz zurückgegangen und habe eine künstliche Luminanz erstellt aus den Farbkanälen. Also die Luminanz, eigentlich mit Luminanzfilter aufgenommenen Aufnahmen konnte man alle vergessen. Die habe ich rausgeworfen und habe jetzt nur aus den Farbkanälen eine künstliche Luminanz erstellt. Die musste ich dann natürlich auch noch entrauschen. Da musste ich eine Background Extraction machen. Da musste ich, was habe ich noch gemacht? Da wir das Bild schon so ein bisschen gekroppt hatten, musste ich noch mal ein Alignment machen. Dann habe ich das Bild noch mal gestretched. Ich glaube, das waren so ungefährliche Sachen. Also hat noch mal ein bisschen gedauert. Hat sich ein bisschen gelohnt, dass Rauschen dadurch, also ist jetzt hier so in diesen Bereichen ein sehr feines Rauschen im Hintergrund beschränkt. Und das hatte ich ja gesagt, dass ich das sowieso ganz gut finde oder dass meiner Meinung nach so ein leichtes Rauschen da noch im Hintergrund zu sehen sein sollte. Was nach wie vor stört, ist hier dieser Zeilenfehler. Da habe ich noch mal drüber nachgedacht. Und es gibt tatsächlich diesen Cosmic Correction, Cosmetic, nicht Cosmic, Cosmetic Correction Prozess. Das habe ich noch nie ausprobiert. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, diesen Fehler hier noch zu korrigieren. Wenn ihr Ideen habt, wie man das auch irgendwie nachher noch machen kann, dann immer her damit. Was ich jetzt aber mal mache, ist einfach, ich setze mal einen Crop an, um den wegzukriegen. Und ich setze den Crop hier oben an, damit das Bildformat einigermaßen erhalten bleibt. Gut, das heißt, das wird nachher unser finales Bild. Ist ein bisschen beschnitten, aber okay, sieht trotzdem gut aus. Wenn man es nicht weiß, dann, naja. Gut, jetzt zeige ich euch noch so ein paar Dinge, die ich jetzt mit dem Bild machen würde. Heute, zu allerersten Mal zeige ich euch einen Prozess, den ich nicht machen würde. Aber der Vollständigkeit halber zeige ich ihn euch. Das Ding heißt HDR Multiscale Transform. Wir machen es mal, ich zeige euch das mal. Und dann entscheidet selber. So, ich mache mal ein Vorher-Nachher. Ja, wir machen da eine HDR-Aufnahme aus dem Bild. Und natürlich kommen da feinste Strukturen hier in diesen Nebel noch raus. Aber ganz ehrlich, für meinen Geschmack sieht das furchtbar aus. Wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber, also ich sehe das ab und zu bei Bildern. Und das ist ein typischer Pix-Inside-Look. Das kann man nicht anders sagen. Weil dieses Modul gibt es nur da. Ich wüsste nicht, wie man das mit einer anderen Software hinkriegt. Jetzt könnte man sagen, ja, experimentier doch mal damit rum. Habe ich ehrlich gesagt in der Vorbereitung des Videos schon gemacht. Also ich habe hier die Anzahl der Layer mal verändert und das ändert auch nichts. Das sieht dann noch furchtbarer aus. Ich zitiere einen Mode-Zaren, der einmal gesagt hat, wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Übrigens sitze ich hier gerade in der Jogginghose. Wer das HDR-Multi-Scale-Transform-Modul benutzt, hat die Kontrolle über seine Bildbearbeitung verloren. Ne, also es ist, das ist hart ausgedrückt. Es ist Geschmackssache. Für meinen Geschmack, ich sage euch nochmal, geht das gar nicht. Aber so wirklich überhaupt gar nicht. So, der Vollständigkeit halber. Gut. Aber was man machen kann, auch sehr gefährlich. Aber. Das ist dieses Ding hier. Da gibt es eine Vorschau zu. Setz mal alles zurück. So, das hat so ein bisschen den ähnlichen Effekt. Das sind Standard-Parameter hier. Das sind die, wie gesagt, Default-Parameter. Man kann so ein bisschen das hier ein- und ausblenden über diesen Amount-Regler. Also 0, dann hat das überhaupt noch keine Wirkung. Ich setze nochmal auf 100, weil ich will euch auch zeigen, dass wenn man diesen Kernel-Radius erhöht, passieren auch Dinge, die merkwürdig aussehen. Das ist doch alles Quatsch. So, ich würde es mal auf 64 lassen. Ui, 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 ui. Wer findet denn sowas? Ich experimentiere ein bisschen rum. Das ist hier unbedingt gefragt. Also, diese Standard-Werte sind schon gut, aber ich würde mal sagen, aber maximal mit 25%. Darauf lasse ich mich ein, darauf kann ich mich einlassen. Schauen wir mal kurz, wie das aussieht, wenn wir das hier hinziehen. Vorher, äh, nachher. Vorher, nachher ist echt schon grenzwertig. Also, beide Prozesse. Ich würde das gegebenenfalls verwenden, wenn ich jetzt hier eine Ebene hätte und könnte das ganz fein da rein, äh, überblenden, vielleicht auch mit einer Maske. Auf Deutsch gesagt, ich würde hier von einem Klon erstellen, das Bild abspeichern, wird rüber zu Photoshop gehen, äh, wird das als Ebene drüberlegen und dann, ich habe hier so ein Wacom-Tablet, damit kann man sehr fein, äh, Masken malen und dann eventuell hier so ein bisschen reinmalen, diese Strukturen. Ähm, was machen wir jetzt damit? Was man auf jeden Fall auch machen sollte bei solchen Prozessen, ist eine sogenannte Range-Maske. Range-Selection heißt das Ding hier. Da muss man mal mit diesen Parametern ein bisschen rumspielen. Fuzziness. Nein, das ist nicht der richtige Regler. Smoothness ist das, was ich gesucht habe. Ja, ich kann mal ruhig ziemlich doll weichzeichnen. Wie geht denn das jetzt? Lass uns mal überraschen. Habe ich auch noch nie gemacht. Okay. Äh, ja, da wird so eine Maske erstellt. Wir wenden die mal an. Jetzt gucken wir mal, was das bleibt. Ich glaube, ich muss die Maske invertieren. Ja, also die Maske muss man invertieren. Leute, ich gehe zurück auf 20% mehr. Machen wir da nicht. Das ist überhaupt ein guter Trick, ja. Also, das ist eigentlich so eine typische Photoshop-Angewohnheit, irgendwas drüber zu legen, dann irgendwie die 100% Deckkraft einzustellen und dann irgendwie so runter auf 20 oder 30% zu gehen mit der Deckkraft. So, da lasse ich mich drauf ein. So, das haben wir gemacht. Mal für einen Überblick. Vielleicht brauchen wir die Maske noch mal schauen. Nächster Prozess ist, es gibt ein Skript, das heißt Dark Structure Enhance. So, das benutze ich ganz gerne bei Dunkelnebeln oder bei Bildern, wo viele Dunkelnebel drin sind. Vor allen Dingen, ja, was, also so Nordamerikan-Nebel ist so ein Klassiker, wo man so diese ganz feinen, filigranen Dunkelnebel, die irgendwie durch so ein Objekt durchgehen, wenn man die noch ein bisschen betonen will, dann würde ich dieses Skript hier anwenden. Wir gucken mal kurz, was passiert. Vorher, nachher, gibt so, also macht das, was es machen soll. Die dunklen Bereiche werden so ein bisschen verstärkt. Dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Bums in die Kiste rein. So, apropos Kontrast, müssen auch immer mal reinzoomen, damit wir gucken, was das so mit den Hintergründen eines solchen Bildes macht. Apropos Kontrast, das letzte und, ja, wirklich ganz gute Tool in Pixinside, was ich jetzt benutzen würde, ups, hat da jemand schon vorgearbeitet, ist die Curse Transformation. Ja, das ist so eine Standardkurve, wie der Name schon sagt, die ich bearbeiten kann. Und der Klassiker bei Deep Sky Aufnahmen ist, guck mal die Vorschau an, eine Kontrastkurve. Das ist eine ganz leichte S-Kurve, wir wollen es nicht übertreiben. So. Punkt Nummer 1. Senkt den Himmelshintergrund ab. Diese Sterne kommen ein bisschen weiter nach vorne, die Nebel kommen weiter nach vorne, betont so ein bisschen mehr unser Deep Sky Objekt. Kann nochmal ein Vorher-Nachher machen. Vorher, nachher, vorher, nachher. Klar, blähen die Sterne wieder ein bisschen mehr auf, gibt dem Ganzen aber insgesamt mehr Strahlkraft. So, der Rest ist experimentieren. Wo ich die Finger verlassen würde, sind die einzelnen Farbkanäle, sowie, na, wir können mal gucken, was passiert, wenn wir an den Farben, an den RGB-Farben spielen. Achso, müssen wir die Vorschau wieder anmachen. Ach ja, das ist quasi der RGB-Anteil, genauso wie der Luminanz-Anteil, den können wir auch noch steuern, ja, da könnte man sich drüber unterhalten, dass, wenn wir die Luminanz so ein bisschen rausnehmen aus dem Bild, gibt das Bild wieder so ein bisschen Drama. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das will oder nicht. Ich stelle es mal hinten an, zeige euch noch die anderen Sachen. Dann gibt es hier diese, was ich vorhin gezeigt habe, also es gibt hier quasi diesen L, AB-Modus, den wir ja auch schon mal dazwischen hatten. Das wird die Farben ein wenig verändern, und zwar, wenn ich den hier runterziehe, in Richtung Grün, wenn ich den raufziehe, in Richtung Magenta. Das ist ähnlich wie in anderen Fotoprogrammen. Da gibt es auch solche Regler. Das hier könnte interessant sein, weil hier die blau und gelb Komponente drin ist, ja. Und mir war das Bild die ganze Zeit schon so ein bisschen zu grün, beziehungsweise Türkis. Mit den Pfeiltasten kann man das übrigens dann noch ein bisschen genauer einstellen. Hier ist übrigens ein Reset. Das ist schon zu viel. So ist gut, glaube ich. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Gefällt mir besser. So, was macht das Ding hier? Auch blauer. Ja. Kaufe ich. Da lassen wir die Finger von hier unten da. Diese Taste resettet diese Kurve. Und dann hätten wir, glaube ich, noch die Farbsättigung insgesamt. Da wollen wir es nicht übertreiben. Vorher, nachher. Habe ich gesagt, wir wollen es nicht übertreiben. Dann tun wir das auch nicht. So. Das Ganze ziehe ich hier hin. Ja, muss man vorsichtig sein. Man sieht. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Es ist ein bisschen sehr blau geworden. Ich will einmal schauen, was die Background Neutralization damit macht. Da wird es wieder grün. Mir gefällt das blaue gar nicht so schlecht. Ja. Gut. So. Das ist auch wieder ein bisschen ausprobieren. Wir sind fertig. Also mehr würde ich nicht machen. Man könnte sich über Schärfungen unterhalten. Aber dafür haben wir zu wenig Signal-Rausch-Verhältnis für meinen Geschmack. Ich belasse es dabei. Das ist so das Bild, wie ich es in PixInsight bearbeiten würde. Und, ähm, ja. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Es ist nicht mein allerbestes Bild. Es war wirklich ja so eine Art Schnappschuss. Und ich will auch ganz ehrlich zu euch sein. Ich würde, ich hätte das vermutlich hier alles gerade, was ich euch gezeigt habe, nicht gemacht. Und hätte das Bild rübergezogen nach Photoshop. Und da habe ich so ein paar Kniffe und ein paar, äh, solche Actions, Photoshop-Actions, Aktionen, die ich gerne mal über die Bilder laufen lassen, gucke, was da passiert. Und da arbeite ich gerne mit den Ebenen und, äh, versuche da feiner irgendwie in den Bildern zu arbeiten. Das fehlt mir ehrlich gesagt in PixInsight. Diese Ebenen-Funktion und die Möglichkeit wirklich mit dem Skypell an so einem Bild zu arbeiten. Aber ich bin so auch ganz zufrieden. Also so würde ich das unterschreiben. Gut, dann speichern wir das ab und wir sehen uns dann im letzten Teil nochmal, wo wir nochmal ein bisschen über die Dateiformate reden. Bis dann.